Freunde, ich war beim Arzt für die Nachkontrolle von meinem Knie. Ich habe ja jetzt drei Wochen lang, also zweieinhalb Wochen, bin ich an Krücken gegangen und das hat mich so richtig angekotzt. Jetzt war ich bei meinem Arzt und der hat gesagt, das ist alles wieder tip top und ich kann auch wieder Sport machen und ich war gerade so motiviert, dass ich shoppen war. Ich werde euch zeigen, was ich gekauft habe. Wir machen jetzt ein kleines Haul-Video. Und da war ich der Meinung, ich brauche unbedingt eine Trainingstasche, wo all mein Zeug reinpasst, also inklusive Schienbeinschoner, Boxhandschuhe und so weiter, Flasche, Tüchlein, blablabla. Deshalb habe ich mir diese coole Tasche gekauft. Die war ziemlich günstig, irgendwie nur 35 Franken oder so und ich fand die Farbe cool. Dann war ich mit dieser Tasche in der Stadt unterwegs und da musste ich die natürlich füllen. Dann war ich im H&M und wollte eigentlich Trainingsklamotten kaufen und dann habe ich diesen Pulli gesehen und der ist orange und der hat mich so instant glücklich gemacht und deshalb musste ich ihn einfach haben. und der ist so weich und flauschig und hat nur 15 Franken gekostet, deshalb habe ich den einfach mal mitgenommen. Aber ich habe tatsächlich Trainingsklamotten gekauft und diese wunderbaren Höschen, die hier auf der Seite so genetzt sind. Hier sind die so genetzt und ich finde das so richtig cool. Das ist so ein Bein entlang. Hat mir mega gefallen und deshalb musste ich die mitnehmen. Und dann habe ich noch ein zweites Paar Trainingshosen mitgenommen, also Trainings-Leggings, so Yoga-Hosen. Ähm, hier so dreifarbig, fand ich auch ziemlich cool, auch H&M. Und nochmal beim H&M habe ich noch diesen Sport-BH gefunden und er ist mir eigentlich zu fest gepolstert, aber ich fand den so mega schön und ich dachte mir so, für den Sport ziehe ich ihn wahrscheinlich nicht an, aber für Lahn-Partys stelle ich mir das ultra cool vor und deshalb habe ich ihn mitgenommen. Er war reduziert und hat nur noch, nur noch 19 Franken gekostet. Äh, die Trainingshosen waren irgendwie zwischen 25 und 35 Franken. Und dann war ich bei Oxnarschuhen und dann habe ich diese Jacke gesehen und ich fand die so schön. Ich hatte hier auch so diese Luftlöcher, wo man dann, wo der Schweiß direkt raus an die frische Luft kann und nicht innerhalb von der Jacke bleibt. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe keine Ahnung, wieso ich so spreche, aber ich fand die so süß. Ich fand die so schön und es passt so mega gut zu der Tasche und ich habe die einfach mitgenommen. So viel im Sommer ist es auch die perfekte Jacke, ne? Irgendwie so ein Sommerjackchen von Fila mit Blümchen drauf. Ähm, hat gekostet 70 Franken. Dann war ich im Müller und habe mir so ein paar Masken gekauft für Feuchtigkeit spendend, weil meine Haut ist im Moment so am Arsch, weil die Luft so verdammt trocken ist, weil es so arschkalt ist draußen. Oder war? Jetzt wird es wieder ein bisschen wärmer. Und dann habe ich mir noch zwei paar neue Sneakers gekauft. Die einen sind aber noch nicht da, die habe ich mir bestellt. Die kommen, die werden direkt zu mir nach Hause geliefert. Finde ich voll cool, aber bezahlt habe ich sie schon. Und die anderen, das sind die hier von Adidas. Ich fand die voll cool. Die haben mir so sehr gefallen und ich stehe im Moment so mega auf bequeme Schuhe. Ich liebe bequeme Schuhe. Ich entscheide mich immer für die bequemeren Schuhe, wenn ich mich nicht entscheiden kann, welche Schuhe ich denn jetzt anziehen will. Wisst ihr, was ich meine? Ich liebe bequeme Schuhe. Das will ich damit sagen. Und deshalb habe ich mir zwei paar Sneakers gekauft. Das erste ist eben das hier von Adidas für irgendwie 109 Franken. Und das andere kostet 140, aber die sind so pfirsich. Ich muss es euch dann zeigen, wenn es da ist. Leider sind sie noch nicht gekommen. Aber ich habe sie auch schon getragen und sie sind wirklich ultra bequem, weil sie haben so einen Cloud-Foam drin. Cloud-Foam in der Sohle, da drin. Und es ist so bequem. So Leute, jetzt sind auch noch die anderen Paar Schuhe gekommen, die ich bestellt habe. Das Paket ist noch zu. Ich möchte sie jetzt mal aufmachen. Und das zweite Paar Schuhe, das ich mir nach Hause eben bestellt habe, ist von Puma. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie mir die Farbe gefällt. Sie sind halt so peachig-rosa. Eigentlich schon cool. Oh, die fühlen sich groß an. Sie sind leider nicht halb so bequem wie die Schuhe von Adidas, die ich mir neu gekauft habe. Und die Schuhe von Nike, die ich schon habe. Die Sohle ist eh total hart. Und sie sind eine Nummer zu groß. Aber vom Aussehen her sind sie ziemlich cool. Aber ich muss sie leider zurückgeben. Aber ich habe ja ganz viele andere coole Sachen gekauft. Von dem her ist das voll okay so. Ja, mehr ist diese Woche leider nicht gelaufen. Von dem her würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche. Ciao.